Es geht direkt weiter auch im Programm, nämlich mit unserem ersten internationalen Gast Sarah Rahman. Eigentlich ist sie seit Jahren Wahlberlinerin, aber heute ist sie extra aus New York City angereist. Sarah macht nämlich gerade ein Fellowship bei der Research-Organisation Data & Society, wo sie sich mit den Themen Technologie, Machtverhältnisse und Gleichberechtigung und deren Schnittstellen beschäftigt. Sarah ist Research Lead bei der Engine Room. Ihr Vortrag trägt den Titel von Menschen, Daten und guten Absichten. Sie spricht über unvorhergesehene Konsequenzen von Daten und darüber, was man beachten muss, wenn man mit Daten arbeitet. Ich bin sehr gespannt. Hallo Sarah. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist voll schön, wieder in Berlin zu sein. Ich wollte erst mal kleine Anekdoten erzählen, ein paar Sachen, die ich gelernt habe und dann mehr über meine Arbeit und Responsible Data mit euch reden. Aber Esther und als Britin und als Britin, die wohnt gerade in den USA, konnte ich nicht hier stehen, ohne über den politischen Moment zu erwähnen, ein bisschen. Deswegen erst eine kleine Anekdote. Nein, geht es nicht? Ich glaube, die Slide geht nicht irgendwie. Na gut. Ja, also erst mal eine kleine Anekdote. Vielleicht hört ihr schon. Ich komme aus England und die Woche vor dem Referendum für Brexit, ich war hier in Berlin und ich habe die Umfragen geguckt und auf dem Internet geguckt und ich hatte total Panik. Ich wüsste nicht, welchen Hashtag zu benutzen, zu unterstützen für die Remain-Kampagne. Ich wusste nicht, welche Kampagne war die beste. Es gab so viele eigentlich. Es gab Stronger In, Stronger Together, Vote Remain und ich hatte total Angst, dass es nicht so gut organisiert war. Deswegen zwei Tage vor dem Referendum, ich habe mich einen Flug nach England gekauft und bin nach Manchester geflogen. Und da bin ich am Tag des Referendums in Manchester, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe versucht, mit Leuten zu reden auf der Straße vor der Wahl und zu überzeugen, warum sie sollten für Remain wählen. Und das war eigentlich sehr schwer. Ich habe mich mit einer Frau gesprochen und sie hat gesagt, sie würde für Leave wählen und ihre Grund war dieses Bus oder dieses Slogan. Vielleicht kennt ihr das schon. Das ist total falsch. Aber sie sagte, deswegen würde sie für Leave wählen und ich könnte sie nicht überzeugen. Ich habe wirklich lange versucht. Und am Ende hat sie gesagt, wer soll ich denn glauben? Der Politiker oder eine Frau, die ich gerade kennengelernt habe auf der Straße. Und da könnte ich nicht zu viel sagen. Und ja, dann habe ich viel über Vertrauen und Glaubwürdigkeit gedacht. Ich hatte so viele Daten, so viele Informationen, die richtige Information. Und ja, sie hat nur an dieses Slogan gedacht. Leider. Na ja, danach die Wahl war ich natürlich unglaublich traurig. Und ich habe viel überlegt, was die Civic Tech Community in England hätte besser machen können. Und ich glaube, also für mich, es gab drei große Sachen, die ich gelernt habe. Erstmals, wie wir unsere Probleme wählen. Wie entscheiden wir, an welchen Problemen wir arbeiten? Zum Beispiel, ich höre sehr oft von neuen Projekten mit der Zielgruppe jeder oder alle. Aber Allgemeinheit ist keine Zielgruppe. Nur zum Beispiel in dem Referendum in England. Nur 36 Prozent der britischen Bevölkerung zwischen 18 und 24 Jahren haben beim EU-Referendum teilgenommen. Das ist ganz wenig. Aber davon haben 75 Prozent Remain gestimmt. Wir denken fast nie an Wählerbildung als Civic Tech Problem. Aber das hätte einen sehr großen Unterschied machen können. Ja, wenn man mehr zwischen 18 und 24 Jahren mitgenommen hatte. Die zweite war, ein bisschen mehr politisch werden. In der Vergangenheit, wir haben gesagt, oder ich habe viel gehört, dass Civic Tech nicht politisch ist. Es ist eher ein Dialog zwischen den Bürgern und der Regierung. Aber dieses Referendum in England war sehr, sehr, sehr politisch. Und ich hoffe, dass wir haben jetzt verstanden, dass das, was wir machen, politisch ist. Und dann die dritte, Probleme verstehen. Ich glaube, wir arbeiten zu viel alleine. Fast immer sind die Probleme, die wir mit der Technologie lösen wollen, nicht neu. Sehr oft gibt es Gruppen oder Organisationen, die viel Erfahrung mit diesen Themen haben. Aber vielleicht haben sie die Themen nie als Civic Tech identifiziert. Und das heißt, sie kommen nicht zu unseren Meetups. Wir als Community können viel von Leuten mit mehr Erfahrung lernen. In den letzten sieben Jahren habe ich in den Bereich Civic Tech, Daten, Technologie, Social Good und Informationsfreiheit gearbeitet. Und letztes Juli war eine von den ersten Male, dass ich mein Civic Engagement, mein bürgerschaftliches Engagement von meinem Computer auf die Straße getragen habe. Und wie gesagt, es war viel schwerer offline als online. Brexit war für mich der Moment, um einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, wofür ich meine Energie verwende. Und wie gesagt, ich könnte nicht aufhören zu überlegen, an was die Civic Tech Community in England hätte besser machen können. Und deswegen habe ich auf den Internet geguckt, ein bisschen mehr zu lernen, auf diese Themen zu sehen, ob andere Leute haben auch die gleichen Gedanken als ich. Ich habe eine Forschungsstudie von einer Organisation in England, My Society, aus dem Jahr 2015 gefunden, mit dem Titel Who benefits from Civic Technology? Wer kommt Civic Tech zugute? Wenn ihr My Society nicht vertraut seid, sie setzen sich für bürgerschaftliches Engagement in die digitale Welt ein. Und sie haben Plattformen wie What do they know? Die englische Version von Frag den Staat. They work for you, wo man die Haltung seines Abgeordneten sehen kann. Und Fix my Street, wo man Schlaglöcher und andere Probleme direkt bei der lokalen Verwaltung melden kann. Alle diese Werkzeuge machen die Interaktion mit dem politischen System viel einfacher. Anstatt einen Brief zu schreiben, kann man einfach auf die Webseite gehen. Anstatt sich unsicher über die Haltung seines Abgeordneten zu sein, kann man ihn einfach fragen oder einfach lesen, was andere Leute gefragt haben auf dieser Webseite. Aber sie haben in der Studie 2015 auch herausgefunden, dass die Mehrheit ihrer Benutzer in England schon vorher engagiert waren. Das heißt, das was in England My Society geschafft hatte, war die Leute digital mitzunehmen, die sich schon vorher für Politik interessiert hatten. Die Mehrheit ihrer Benutzer von Fix my Street zum Beispiel waren ältere weiße Männer. Fast 50 Prozent der Nutzen von Fix my Street waren älter als 56 Jahre alt. Das ist schon cool, natürlich, dass sie sich mit diesen digitalen Werkzeugen für etwas einsetzen. Aber als Organisation, sie haben leider nicht so viele neue Menschen dazu gebracht mitzumachen, wie sie gehofft haben. Die Werkzeuge haben nicht so sehr mit sozialer Ungleichheit geholfen, vielleicht eher das Gegenteil. Was das heißt, ist zum Beispiel, wenn nur Leute, die wohnen in der Reichsstätte oder die viel Zeit haben, diese neuen Werkzeuge zu lernen und sie sich engagieren mit Sachen wie Fix my Street, dass alle die Meinungen gehört von der Politiker, kommt nur von diesen kleinen Gruppen. Vielleicht verbessert ein Kids mit reichen Leuten als die Kids, die braucht mehr Unterstützung. Wenn es einfach ist, für die privilegierte Bevölkerung ihre Stimme lauter zu machen und ihr Anliegen besser zu vertreten, dann hören Politiker noch mehr von diesen Stimmen und weniger von Menschen aus anderen sozialen Schichten, die vielleicht auch weniger Zugang zum Internet haben oder weniger Zeit haben, zu lernen über diese neuen Tools. Man sieht auch ein ähnliches Problem in New York City, wo ich gerade wohne. Es gibt veröffentlichte Daten über Testergebnisse in dem Schulsystem. Und natürlich wollen Eltern, dass ihre Kinder auf die beste Schule gehen. Aber jetzt sehen wir, dass die Eltern die Daten nutzen, zu sehen, welche Schule die beste ist, um eine bessere Wahl für ihre Kinder zu treffen, sind in der Mehrheit weiße Eltern sind. Und jetzt, es gibt ein Schulsystem mit viel Segregation. In beiden Beispielen ist klar, gute Projekte und Ideen mit guten Absichten sind nicht genug. MySociety arbeitet zum Beispiel sehr lange mehr Leute zu erreichen und ihre Arbeit zu verbessern und sie machten ganz viele coole Tools und ganz viele coole Arbeit. Aber würden sie ihre eigene Arbeit nicht mit studieren, erforschen, wäre es sehr schwer zu erfahren, ob sich etwas ändert. In meiner Arbeit sehe ich Probleme wie diesen jeden Tag. Ich arbeite bei einer gemeinnützigen Organisation, die heißt The Engine Room. Wir helfen Zivilgesellschaft, Technologie und Daten strategisch zu nutzen. Wir sind eine internationale Organisation. Das heißt, dass mein Kollege sitzt in, ich glaube, zehn Ländern und wir sind ungefähr 16 Personen jetzt. Wir arbeiten auch mit großen Organisationen wie Oxfam oder wie Amnesty International, den internationalen Roten Kreuz zusammen. Aber auch mit kleinen Aktivistengruppen und kleinen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Damit diese Organisationen eine Strategie für die Technologie und Daten haben. und damit sie bessere Entscheidungen bezüglich Technologie und Daten treffen können. Wie Julia gesagt hat, dieses Jahr bin ich auch Fellow beim Data & Society Research Institute in New York. Und dort arbeite ich zum Thema Macht, Daten und Zugänglichkeiten. In meiner Arbeit bei beiden Organisationen sehe ich ganz klar, dass Daten und Technologie einen sehr großen Unterschied machen können. Aber dass es manchmal nicht so einfach ist. Projekte, wie gesagt, können unerwartete Konsequenzen haben. Bei The Engine Room leite ich das Responsible Data Programm, wo wir zum Thema ethische Implikationen von Daten und Technologie im sozialen Bereich forschen und unterstützen auch. Wir haben eine diverse Gemeinschaft, die über konkrete Herausforderungen von Daten und Technologie in der Zivilgesellschaft nachdenken. Oft in meiner Arbeit bei The Engine Room und mit dem Responsible Data Programm besteht eher daraus, Fragen zu stellen, als Antwort zu geben. Und das Ding ist, es gibt fast nie eine definitive Antwort. Kontext macht einen großen Unterschied. Das heißt, dass manchmal eine Antwort für ein Projekt soll die Gegenteil sein von einem anderen Projekt und einem anderen Kontext und einem anderen Land. Und das macht Sachen eigentlich ein bisschen schwerer, immer zu helfen. Aber wenn wir über Responsible Data reden, es gibt ein paar Kernprinzipien, das ich wollte mit euch teilen. Wir denken an Risiko. Und damit meine ich, was ist die schlimmste Sache, die mit den Daten von einem Projekt passieren könnte? Manchmal machen wir eine Übung. Wer sind unsere Gegner? Was können Sie mit den Daten machen, die wir gesammelt haben? Oder mit den Informationen, die uns vorliegen? Und das kann manchmal ein bisschen schwer sein und das kann natürlich sehr schnell ändern. Die zweite ist Macht. Wie sieht das Machtverhältnis im Kontext des Projekts aus? Wenn zum Beispiel wir arbeiten mit einer wichtigen Hilfsorganisation, die Daten einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe sammeln möchte. Und wir sehen ganz klar, dass es besteht ein Ungleichgewicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn wir denken an Consent oder an was wir fragen und an welche Daten wir sammeln wollen. Und dann Absicht. Haben wir unser Tech-Projekt strategisch und absichtlich organisiert? Oder sind wir eher reaktionsfreudig oder unter Druck von anderen? Und da sehe ich ziemlich oft, dass Stiftungen oder Fundes manchmal haben, sie wollen einen Wunsch oder etwas sehen in einem Proposal. Und dann Zivilgesellschaft schreibt etwas oder macht ein neues Projekt mit dieser coolen, neuen Technologie. Und wenn wir fragen, warum habt ihr diese neue Technologie in diesem Projekt? Die Antwort ist nicht, weil das die beste Technologie ist für dieses Projekt. Das ist eher, weil wir Geld bekommen können. Und dann Nützlichkeit. Wem nutzt das Projekt? Wer kann unser Projekt wirklich nutzen? Und wie wissen wir das? Ich mag, was Fiona gesagt hat vorher über öffene Daten, dass wir öffene Daten mehr mit Zugänglichkeit denken können. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben keine Ahnung, was öffene Daten und Maschinenlesbarkeit eigentlich ist. Aber wenn wir denken, wie können wir diese neuen Leuten mitbringen in unserer Community, dann können wir einen großen Unterschied machen. Und wie Fiona gesagt hat auch, ich glaube, ein guter Best Practice da ist, mit den Betroffenen zu arbeiten, anstatt für den Betroffenen. Es ist wichtig, mehrmals über diese Sachen zu denken. Und wie wir gerade in den USA sehen, der Kontext kann sehr, sehr schnell enden. Mit vielen von der Zivilgesellschaft, die ich arbeite mit in den USA, das Risiko hat sehr schnell geendet. Die Gegner hat sehr schnell geendet. Und jetzt versuchen, und jetzt ich sehe, und in den Tagen nach der Wahl in den USA, hat viele Organisationen ein Notfallstrategie-Meeting gehabt. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Und wie ich sehe, gerade in den USA und in England, die Civic Tech Community und ehrlich gesagt ganz viele Communities sind im Moment sehr panisch. Und sie versuchen, wie gesagt, neue Strategie zu entwickeln. Und vielleicht wichtiger, sie überlegen, was wirklich ihre Impact, ihre Wirkung ist. Ich glaube, also ich hoffe, dass um selbst unseren Impact zu reflektieren, sollten wir nicht hier in Deutschland auf eine politische Endwahl warten. Und letzter Gedanke. Daten öffnen und Daten nutzen macht keinen Unterschied, wie ich in England gesehen habe, ohne Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und deswegen lasst uns in beiden arbeiten. Danke. Applaus My Bauch Fifa Fifa cast